Grüß Gott, meine Lieben. Ich genieße den Lockdown heute mit meinen Star-Wars-Filmen zu Hause. Gönne ich mir einen Crazy Cheese Lavendelkäse in Space Blue. Der ist sowas von geil, meine Lieben. Ein Käse nicht von dieser Welt. Mö. Absolute delicious. Sowas von geil. Dazu gönne ich mir einen Malt Imperial. Ich sage euch was, life is wonderful. Genießt den Lockdown zu Hause. Wichtigste daran, dass ihr genug Crazy Cheese und Champagner habt, dann ist alles Palette, meine Lieben. Made for us, be with you. Manufacture. Shop now at crazycheese.com Und was ist das für große